Viele ihrer rund 961.000 Follower dürften sich beim Anblick von Amiras Instagram-Story gewundert haben. Die hübsche Comedian-Verflossene sah nämlich auf einen Schlag vollkommen verändert auf. Nicht nur leuchtete das Weiß ihrer Augen unnatürlich hell, auch ihre Lippen wirkten voller, das Kinn spitzer und die Nase schmaler. Ursächlich für Amiras ungewohntes Aussehen war ein Beauty-Filter, der eigentlich dafür gedacht ist, den User attraktiver erscheinen lassen soll. In Amiras Fall hinterließ die digitale Spielerei jedoch einen geradezu grotesk anmutenden Eindruck. So schien sich die 31-Jährige selbst kaum mehr wiederzuerkennen. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde mich nur so zeigen. Das ist doch irre, musterte sie ihr optimiertes Antlitz halb ungläubig, halb amüsiert und scherzte. Da soll noch mal jemand sagen, ich hab mir meine Lippen machen lassen. In der nächsten Story-Sequenz war der Spuk dann auch schon wieder vorbei und Amira präsentierte sich wie gewohnt ganz ungefiltert. Dafür wiesen ihre nächsten Worte plötzlich eine auffällige Ähnlichkeit zu Aussagen auf, die ihr noch Ehegatte Olli bereits in der Vergangenheit getroffen hat. Hallo, ich bin's, ein anderer Mensch. Krass, staunte Amira noch immer über die Filterversion ihres Gesichts und sinnierte, dass es natürlich auch Make-up gäbe, welches, bis zu einem gewissen Maße, einen ähnlichen verschönernden Effekt erzeugen kann. Ich schminke mich doch nicht, brach es unvermittelt aus der Zweifach-Mama hervor. Seht ihr das nicht? Ich wache morgens so auf, wenn ich es euch sage. Ihr sarkastischer Unterton in bester Olli-Pocher-Manier war dabei nicht zu überhören. Immerhin hat der ehemalige Bildschirmkontrolleur in der Vergangenheit schon oft mit seinem Beißenden-Humor gegen Influencer geschossen, die gewisse Klischees vertreten. Einer von Ollis vielen Kritikpunkten war dabei die übermäßige Verwendung von Beauty-Filtern und gleichzeitige Behauptung, man sei doch ganz natürlich. Nicht nur Mega-Influencerin Bianca Bibi-Klaassen, 30, und Luxus-Lady Carmen Geis, 58, haben in diesem Sinne bereits ihr sprichwörtliches Fett wegbekommen.